Kleine Garantiekarte, gut, mit kleinen Siegelaufgeber. Okay, alles nicht so interessant. Dann nochmal die Software, Support-DVD. Ich denke, da werden noch Treiber drauf sein, eventuell, die man braucht. Ausgabe 2.0. Okay, ich denke mal, man wird es nicht brauchen, zumindest wenn man Internet bietet. So, hier gibt es noch eine Erklärung, wie man das System wiederherstellt, wenn man es sich geschossen hat. In verschiedene Sprachen, wie üblich. Und, als letztes noch, eine anständige Bedienungsanleitung. Scheinbar nur in Deutsch. Jo. Das wird, einige Kunden sich erfreuen, die gerne so eine Bedienungsanleitung dann auch auf Deutsch in so einem dicken Brandbuch haben wollen. Das ist zwar nicht mehr ganz üblich auf Tage, sozusagen, aber es gibt immer noch viele Kunden, die das sehr gerne mögen, sehr gerne haben wollen. Da kann auch ein Akku dran, von dem ich zwar nicht glaube, dass da jetzt Saft drauf ist. Oh, der wird ziemlich kleiner. Gucken wir auch nicht, das ist eine Erklärung für den Akku. Kann man sich mal angucken, man kann auch auf Wikipedia lesen, wie man mit Akkus umgeht. Der wird sich ja so reingesteckt. Scheint mir kleiner zu sein, als am Tausender. Als am älteren Tausender. Das ist ja auch ein Tausender, aber 1000 HE. Und wie gesagt, hier gehe ich von aus, dass da zum einen der Arbeitsschwecher drunter ist und zum anderen die Festplatte. Wenn er jetzt angeht, gucken wir auch nochmal rein. Ansonsten mache ich das beim nächsten Mal. Mein Power-Schalter ist hier. Und da gibt es auch gleich ein blauer LED. Hier vorne ist es auch nochmal vier LEDs. Für, na geht an, okay. Für, weiß ich nicht genau, Batterie, Festplatte, WLAN. Ja. Ja, das finde ich sieht jetzt erstmal noch nicht so besonders hell aus. Aber es kann ja auch sein, dass der Bildschirm nicht so hell eingestellt ist. Auf jeden Fall fährt er erstmal hoch. Ist ein bisschen Saft auf dem Akku wohl drauf. Und wenn er noch einen ganz kleinen Moment geduldet hat, dann gucke ich mal, ob ich den 1000 HE auch dabei finde. Ja, das ist das alte Modell 1000. Der sieht schon ziemlich ähnlich aus, muss man gestehen. Vielleicht ist es wirklich nur, die Tastatur sich verändert hat. Ich habe den Eindruck, das Touchpad ist ein Millimeter kleiner geworden. Aber das kann mich natürlich auch täuschen. Also offensichtlich wirklich nahezu dasselbe Modell. Die Dinger sind hier schwarz und hier sind sie eingraviert. Kaum Unterschiede zu erkennen. Gucken wir nochmal gleich von der Seite. Aber ich glaube, das dauert mir hier zu lange. Ja, auf der Unterseite dasselbe. Eine große Klappe. Vielleicht ein paar mehr Lüftungsschlitze hier im älteren Modell. Aber ansonsten auch der Aufbau gleich. Hier Ethernet, USB, vorne links dann Audioanschlüsse, vier LEDs, zweimal USB und der Karten-Salot wieder vorne und der VGA wieder hinten. Also sieht schon sehr sehr gleich aus. Und ich denke auch, dass ich mich verteilen habe, dass der Akku nämlich auch der gleiche ist. Ja, das sieht sehr gleich aus. Ja gut, ist das ein Nachfolgemodell mit einem deutlich besseren Keyboard. Und da ich ja jetzt beide Modelle hier habe, kann ich sie ja mal gut vergleichen. Ich denke, dass man vielleicht auch mal ein paar Vergleichs-Benchmarks machen kann. Der 1000HE kommt, glaube ich, mit einer Atom N280 CPU. Ja genau, hat eine Intel Atom N280 CPU und hat auch dieses WLAN Draft N, Bluetooth ist auch dran und 6-Zellen-Akku, der 9,5 Stunden aushalten soll. Und das ist natürlich ganz interessant dann zu erfahren, ob er das auch wirklich macht. Hier kommt er jetzt in Windows rein, diese Vorstellung. Gucken wir mal, ob es heller geht. Nein, kann er noch nicht. Das heißt, die Treiber sind offensichtlich noch nicht geladen für diese Funktionen, für diese Fn-Tasten. Das macht aber nichts, wie gesagt, das mache ich dann nächstes Mal. Soweit erstmal der Asus IPC1000HE im Unboxing. Tschüss.